Die Partei, gerade sieben Mann hochfahren, trat sich um zwei Prozent aus. Erstens, sie wollte wählerhaftige Weltanschau-Partei sein. Und zweitens, sie wollte daher verpräßlos die Einwanderung freiwillig abwachsen. Die Erwürsten als Partei sind die Einwanderung des Kampfes und des Kampfes in der Nation der Regierenden, die allen Seiten in die Meerweih oder den Minderheil ausgedacht haben. Untertitelung des ZDF, 2020